Wenn wir auf Sie zu sprechen kommen, Wünsche, Träume für die Zukunft, poppt da irgendwas hoch, wo Sie sagen würden, ja, da soll es nochmal hingehen? Ja, da gibt es viel. Also eben die Verfilmung der anderen drei Romane steht an und das vierte Buch wird gerade fertig für Drömer. Das kommt im Oktober raus und da hoffe ich natürlich, dass es ein Psychothriller, der Blick fremder Augen, da hoffe ich natürlich, dass es einschlickt. Schon ganz unbescheiden. Und eine Romanverfilmung von Elke Schmitter, Frau Sartores, an der ich seit acht Jahren hinterher renne. Ich denke mal, das wird jetzt auch langsam mal enger und zielgerichtet.